Hallo Nation, eine tolle Mannschaft kommt zum BVB, aber zunächst einmal, wenn Sie ein treuer Fan von Borussia Dortmund sind und mehr Informationen wie diese möchten, empfehle ich, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Da ich alle Neuigkeiten verfolge und sie hier aus erster Hand auf dem laufenden Halt sind, zurück zum Thema, mehreren Berichten zufolge erweckt Borussia Dortmund einen Wechsel von Fenerbahce-Flügelspieler Ferdi Cardioglo, im Hinblick auf das bevorstehende. Wintertransferfenster wurde die Notwendigkeit eines neuen Außenverteidigers oder Zweier als einer der wichtigsten Bedürfnisse des BVB identifiziert, um die Saison wieder auf Kurs zu bringen, als konkretes Ziel wäre Ferdi Cardioglo von Fenerbahce ausgemacht worden. Cardioglo hat in dieser Saison beeindruckt, indem er gezeigt hat, dass er in der Defensive der türkischen Mannschaft, die in der türkischen Liga bisher nur neun Gegentore zugelassen hat, äußerst solide ist, diese Zählung ist nach. Galatas Ares 8 die zweitgrößte Auf persönlicher Ebene hat Cardioglo durchschnittlich 2,2 Tackles, 1,3 Tackles und 0,8 Fouls pro Spiel, wobei diese Zahlen das Bild eines sehr sauberen und effizienten Außenverteidigers zeichnen. Damit Sie keine Informationen wie diese mehr Flecken hinterlassen, hinterlassen Sie ein Like auf dem Video, damit YouTube weiterhin Videos für Sie teilen kann. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit Sie keine Neuigkeiten von unserem Team bemerken. Und das ist eine Umrüstung und ein Abschied.